Hallo, ich bin Manuel von den Marktradikalen und ich heiße euch heute willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spektrum, heute zum Thema Bitcoin-Freiheit und Privatsphäre. Mein Gast dazu heute ist Max Hillebrand. Max ist Softwareentwickler mit Fokus auf dem Aufbau einer freien Gesellschaft, in der jeder souverän ist und sich als Unternehmer frei entfalten kann. Dazu schreibt er freie Software und baut Werkzeuge, womit jeder seine Freiheit schützen kann. Allen voran gehört dazu die Bitcoin-Wallet mit dem Namen Wasabi, was einen Fokus auf den Schutz der Privatsphäre seiner Nutzer hat. Hallo Max. So, servus Manuel, freue mich sehr dabei zu sein. Danke für die Einladung. Ich hoffe, ich konnte dir gerecht werden mit dieser Beschreibung und habe dir nicht unrecht getan? Grundsätzlich ja, nur ein kleines Detail ist, dass ich überhaupt kein Softwareentwickler bin. Ich kann keinen Code schreiben, sondern ich bin hauptsächlich Unternehmer und Ökonom und schreie dann sehr laut an die Leute, die die Software schreiben können. Das ist auch richtig tun. Das ist dann eher meine Aufgabe. Ja, gut. Anlass zumindest heute ist die Liberty in Our Lifetime Konferenz in Prag. Die findet im 21. bis 23. Oktober statt. Dazu kann jeder mit dem Rabattcode die Marktradikalen, alles zusammengeschrieben, 15% Rabatt bekommen auf Tickets. Es sind auch beliebig Tickets auch für eine reine Online-Teilnehmerschaft verfügbar. Und da bist du ja auch zu Gast. Da willst du auch irgendwas vortragen, wenn ich das recht gesehen habe. Ja, und ich freue mich riesig drauf. Das wird eine richtig tolle Konferenz. Die Free Cities Idea oder generell die Art und Weise, sich frei miteinander zu leben und hier ohne Gewalt und Coercion zusammenzuarbeiten und auf dem gleichen Raum rumzuhocken, freue ich mich sehr drauf. Da wird es sicherlich ganz viele tolle Sprecher geben und viele tolle Leute, die auch vorbeischauen. Also ich freue mich sehr auf die Gespräche darüber. Ja, also es ist ja angeregt von der Free Cities Foundation, ursprünglich Free Private Cities Foundation, aber die haben sich jetzt umgetauft, so im Rahmen von der Einsicht, dass es auch viel breitere Möglichkeiten gibt, diese freien Gemeinschaften aufzubauen. Also ich sehe da vor allen Dingen auch einige, die im Rahmen von, ich sage mal, Bildungsaspekten gerne sich ausbreiten. Also das wird sehr spannend, auch für mich. Ich werde auch da sein. Wir sind auch mit einem weiteren von den Marktradikalen dabei und ja, freut mich auch unheimlich da zu sehen, was da noch vorgestellt wird. Ja, ganz klar. Und wie gesagt, das Tolle am freien Markt ist, dass es so rasant und so viele verschiedene Möglichkeiten gibt und dass Unternehmer viele verschiedene Dinge ausprobieren. Es gibt halt beim Bäcker nicht nur ein Leibbrot, sondern zahlreich verschiedene. Und genauso sollte das ja auch im Lebensraum sein. Es sollte ja nicht nur eine Strategie ausprobiert werden sollen, sondern zahlreiche. Und da freue ich mich sehr darauf, hier zumindest mal ein paar von den möglichen Strategien etwas näher kennen zu lernen. Ja, also man darf natürlich sich nicht darüber täuschen. Also nur weil man das probiert, heißt es ja nicht, dass es Erfolg hat. Das ist ja auch Aspekt des freien Marktes, dass da durchaus manche Sachen nicht funktionieren. Aber das tut dem Gesamten ja keinen Abbruch. Ja, also irgendwelches davon wird hoffentlich und ich denke auch wahrscheinlich funktionieren mit der Zeit. Also irgendwo auf der Welt gibt es, glaube ich, einige Staaten, die, ich sag mal, offener für diese Ideen sind und wo man da die Experimente führen kann. Und doch, ich bin da recht zuversichtlich, dass es irgendwo mal klappen wird. Dein Ansatz ist ja hauptsächlich, wie wir es schon gesagt haben, die Softwareentwicklung. Und die Wasabi Wallet, ich weiß nicht, ich habe es probiert, beziehungsweise ich habe es installiert und ein bisschen Coins rumgeschoben. Aktuell steht bei mir Constructing Coin Join und der macht seit gestern schiebt er Sachen mit, ich sag mal, Privacy Progress steht da eine Zahl. Ja, also ich habe es mal installiert, probiert. Es scheint alles einigermaßen zu funktionieren. Weiß nicht, willst du noch was dazu der Wasabi Wallet sagen? Ja, freut mich, dass du es ausprobiert hast. Das ist jetzt die neue Version, die Wasabi 2.0. Und wir haben einiges daran geändert und weiterentwickelt. Wasabi als Projekt gibt es so seit 2018 rum. Und wir haben gut drei, zweieinhalb, drei Jahre Research gemacht, wie wir das Ganze denn verbessern können. Aber wir haben viel Benutzer-Feedback bekommen und auch einiges davon nicht zu gut im Sinne von, hey, das ist doch alles viel zu kompliziert und viel zu teuer, hier auf der Bitcoin-Blockchain-Privatsphäre zu haben. Und ich glaube, wir haben beides, beide dieses Feedback gut umgewandt und es wirklich geändert. Also mit Wasabi 2.0, wie du jetzt schon siehst, das geht viel einfacher. Du musst nur Bitcoin erhalten, ein bisschen warten und dann kannst du die Bitcoin ausgeben, komplett privat. Und hier ohne um großes Fachwissen oder Fachverständnis zu haben, was denn in Bitcoin mit sich vorgeht, sondern es funktioniert halt einfach schön im Hintergrund. Und wir haben dadurch, dass wir viel technische Dinge überholt haben oder geupdatet haben, ist das Ganze jetzt auch viel günstiger geworden. Zumindest für die meisten Fälle. Es kommt da immer noch sehr drauf, auf die Details drauf an, wie viel Kosten man denn generell zahlt. Aber im Sinne von, wie viel Blogspace wird denn verbraucht vom einzelnen Nutzer? Vor allem, wenn du jetzt nicht gigantisch viel Privacy haben willst, haben wir das Ganze halt echt sehr, sehr, sehr viel günstiger gemacht. Und wir haben noch ganz tolle Ideen, wie wir es noch billiger machen können. Und von dem her ist es super schön. Es ist auf jeden Fall noch nicht fertig. Es gibt noch einiges zu tun. Also uns wird nicht langweilig in der Entwicklung. Aber es freut mich, dass du sie ausprobiert hast. Ja, ich müsste natürlich den Elefant im Raum ansprechen dazu. Also wenn du sagst, die Viehs sind günstiger geworden. Oder der Blockchain-Space, der Verbrauch davon ist geringer geworden. Naja, die Privatsphäre ist natürlich das Hauptding. Und ich frage mich dann, wie man das, man muss sich ja schon darauf verlassen, dass das alles so funktioniert. Also die Frage ist dann, ob, wenn man die Technik nicht versteht, dann muss man abwarten und einfach schauen, okay, wie viele Leute sind denn tatsächlich nachvollziehbar gewesen? Also deren Transaktionen, nachdem sie Wasabi benutzt haben. Kennst du irgendwelche bekannten Fälle von Wasabi, wo jemand nachvollzogen werden konnte, wer er war, als er seine Bitcoin ausgegeben hat? Also zu deinem ersten Punkt mit, du musst Wasabi und Bitcoin ja vertrauen. Und klar, das stimmt. Weil wenn ich dich jetzt fragen würde, erklär doch mal mir bitte das BGB-Protokoll. Dann hast du null Ahnung. Aber wir nutzen es ja gerade. Es ist eines der vielen Internetprotokolle, das alltäglich von jedem genutzt wird. Aber du hast nicht mal eine Ahnung, dass es existiert. Noch wieder, wie es funktioniert oder wo denn hier die Trade-offs sind. Und das ist ja gut so. Wir haben ja hier die Arbeitsteilung und verschiedene Leute fokussieren sich auf verschiedene Dinge. Das Tolle ist nur bei Open Source oder freier Software generell, dass du die Möglichkeit hast, zu verifizieren, was vor sich geht. Jede Linie im Code, die du gerade hier mit Wasabi laufen lassen hast, könntest du anschauen. Und selbst wenn du nicht dann das Wissen dazu hast, kannst du dir jemanden anheuern, der das macht. Und klar, ist immer noch nicht perfekt. Wäre super, wenn wir hier alle Wizard-Coders wären. Aber naja, die Arbeitsteilung. Du fokussierst dich dann halt aufs Podcasten. Und dann zum Sinne von, was ist die Privatsphären-Garantie, die dir hier Wasabi gibt. Und das ist durchaus schwierig zu sagen, weil es kommt auf sehr viele verschiedene Faktoren drauf an. Mal zum einen, wie viele Bitcoin hast du? Wenn du, sag mal mal, hier Satoshi bist mit über einer Million Bitcoin, dann wird es verdammt schwierig sein, deine eine Million Bitcoin auszugeben, ohne dass jemand rausfindet, dass du wirklich der Satoshi bist. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt so, sag mal mal, 0,1 Bitcoin hast oder einen Bitcoin oder vielleicht sogar zehn, dann kann dir Wasabi Wallet ganz klar einen enormen Vorteil schaffen. Die andere Frage ist, wie lange willst du dich denn beschützen? Willst du jetzt hier, dass du einen Kaffee kaufst sozusagen und dann für die nächsten paar Minuten oder paar Tage privat bist, sodass der Restaurantbesitzer nicht weiß, genau, wer du denn bist, solange du noch im Restaurant sitzt und so weiter? Da kann dir Wasabi auf jeden Fall helfen. Aber wenn du jetzt sagst, hey, ich will nicht mal, dass in 100 Jahren jemand rausfindet, dass diese Münze hier mir gehört, ja, das wird dann vielleicht doch auch schon ein bisschen schwieriger. Also der zeitliche Aspekt ist durchaus ein Problem, wenn wir hier um Privacy uns reden. Und dann das Letzte ist natürlich, wer ist dein Angreifer? Wer will dich denn hier ausspionieren? Wie gesagt, ist das die Tante Emma hinter der Ladentheke? Die hat wahrscheinlich keine Ahnung, wie man dich jetzt hier ausspioniert, selbst wenn du Bitcoin per se nutzt, aber vor allem nicht, wenn du Wasabi nutzt. Wenn du jetzt aber hier Edward Snowden Level bist und die ganzen CIA und FBI Agenten wollen dich unbedingt ausspionieren, naja, dann ehrlich gesagt gibt es wenig, was du dort tun kannst. Und wahrscheinlich wird aber hier auch Wasabi dann nicht der letzte Strohhalm sein, der dann dem Kamel das Genick bricht, sondern da wirst du schon vorher wahrscheinlich irgendwo ausspioniert werden. Also hier die Frage ist immer, wie viel Geld hast du, wie lange möchtest du privat bleiben und vor wem möchtest du dich denn beschützen? Und ja, ganz klar gibt es Leute, die Wasabi nutzen und Bitcoin nutzen, die halt sehr viel Geld haben und sehr lange privat bleiben möchten und dann auch noch vor dem amerikanischen Staat wegrennen wollen. Und ja, die haben halt leider wenige Chancen. Aber wenn du jetzt, ich sag mal, der Allgemeinbürger bist, dann bringt dir Bitcoin und Wasabi schon mal gigantisch viel, um dein Leben zu verbessern. Du würdest also sagen, ein typischer Use Case für Wasabi wäre zum Beispiel, man es als Privatperson will, nicht dass irgendjemand an den man Bitcoin schickt, der soll nicht nachvollziehen können, welche Beträge man sonst auf seiner Wallet hat oder als Unternehmer, wo man nicht unbedingt seine gesamten, ich sag mal, Holdings offenlegen will. Darüber hinaus, also oder anders ausgedrückt, der Angreifer in dem Fall ist einfach nur jemand, der ein bisschen Neugierde hat und in der Lage ist, einen Blockchain Explorer zu bedienen. Gegen den will man sich schützen. Aber darüber hinaus, was wäre denn die nächste Ausbaustufe, wo Wasabi auch noch Sinn macht? Ja, genau. Also für diesen ersten Fall, du hast nur einen sehr naiven Block Explorer, da hilft dir Wasabi bereits bombastisch. Da war sogar Wasabi 1.0, ich sag mal, relativ wasserdicht. Wenn es dann schwieriger wird, ist, wenn der Angreifer, ich sag mal, spezialisierte Software hat, wo sich halt nicht nur wie so der allgemein genutzte Blockchain Explorer, sondern wirklich eher Surveillance-Software. Das können Unternehmer sein, Spezialisten, sag mal, also diese Blockchain-Analysis-Companies. Oder dann eventuell in der Zukunft gibt es diese Software frei und gratis für jeden zugänglich, dass man hier wirklich sehr gute Spionier-Software hat. Und da kommt es drauf an. So Sachen wie bei Wasabi 1.0 gab es zum Beispiel das Wechselgeld. Also wenn du zehn Bitcoin in den Coin schon reingebracht hast, hast du neun Bitcoin rausbekommen, die nicht privat waren und einen Bitcoin, der privat war sozusagen. Und hier braucht man, glaube ich, schon etwas spezialierte Software, um rauszufinden, dass die zehn Bitcoin und die neun Bitcoin zusammenhängen. Und das war wahrscheinlich mit 1.0 möglich mit gewisser Software. Mit Wasabi 2.0 würde ich mal behaupten, allerdings habe ich hier ja wenig Wissen, um das wirklich konkret zu sagen, aber ich behaupte mal, dass das nicht mehr möglich ist für den absoluten Großteil der Nutzer. Okay, dann wäre noch die Frage, ab wie viel Bitcoin macht das denn Sinn? Ich denke mal, wenn ich einen einzelnen Satoshi schicken will, dann wird das, ich sag mal, an Fies alles aufgefressen. Und irgendwann ist dann so eine Grenze vermutlich, wo würde das anfangen Sinn zu machen? Ja, sehr gute Frage. Bei Wasabi 1.0 gab es da noch technische Gründe. Hier hatten wir eine Minimummenge von 0,1 Bitcoin, was dann doch schon relativ viel ist. Und darunter hat es einfach nicht funktioniert. Das ist doof. Jetzt haben wir das technisch gelöst und es gibt nicht mehr wirklich eine Minimum-Summe. Aktuell ist sie auf 5.000 Satoshis. Also das ist viel, viel, viel niedriger als davor. Ob es jetzt Sinn macht, 5.000 Satoshis in die Wasabi-Wallet zu schicken? Naja, eher nicht, weil das ist hier eine Blockchain-Wallet. Das heißt, wir müssen hier die Blockchain-Kosten zahlen und die sind fix, egal wie viele Satoshis du verschickst. Es kommt hier einzig und allein auf den Blogspace an. Und wenn du jetzt in deine Wasabi-Wallet 0,001 Bitcoin reinschickst oder 10 Bitcoin, die Blockchain-Kosten im Sinne von wie viele Bytes wirst du auf die Blockchain schreiben, sind ungefähr gleich groß. Und auch dementsprechend die Kosten sind ungefähr gleich groß. Das heißt, der prozentuale Anteil von deinem Geldanteil und den Summen an Blockspace-Fees, die du zahlst, werden halt prozentual sehr, sehr, sehr hoch, wenn du relativ wenige Satoshis einzahlst. Ich sage mal so, ja, 100.000 Satoshis oder so kann man, glaube ich, dann schon noch verkraften, aber eher so in die Richtung eine Million und aufwärts. Also für alles andere machen zum Beispiel Custodial Solutions, also hier die Bank sozusagen, das Wertschließfach macht auf jeden Fall Sinn, wenn hier Gebühren ein großes Thema ist. Und da gibt es auch sehr private Lösungen. Und auf der anderen Seite dann natürlich das Lightning-Netzwerk. Das hier ist eher gemacht, um kleinere Beträge hin und her zu schieben, wo dann eben die Mining-Fees nicht mehr so massiv sind. Also hier gibt es andere Lösungen, die aktuell noch nicht in Wasabi-Wallet implementiert sind. Und wie gesagt, das lohnt sich ja hauptsächlich für On-Chain-Transaktionen, die dann ja aber doch im Durchschnitt um einiges höher sind. Also wir haben Nutzer mit Hunderten oder Tausenden oder Zehntausenden an Bitcoin, die Coinjoins nutzen. Und da macht dann die Fee wirklich fast gar nichts mehr aus. Also das ist der Bruchteil der Bruchteil von einem Prozent-Basispunkt. Das juckt dann, glaube ich, fast niemand mehr. Skalieren diese, also wenn du Fee sagst, dann gibt es natürlich die Bitcoin-Blockchain-Fee. Und darüber hinaus habt ihr aber, glaube ich, schon auch noch einen prozentualen Anteil, den ihr abzwackt als, wie heißt es nochmal, die ZK-Snacks. Die Koordinatoren-Gebühr. Genau, genau. Und da ist so die Frage, skaliert das mit der Blockchain-Fee zusammen oder, also kann man das prozentual draufrechnen oder ist das eine fixe Größe oder wie ist das? Sehr gute Frage. Und nein, das ist nicht mit der Blockspace-Kosten verbunden, sondern das ist wirklich prozentual von der Summe. Also wenn du jetzt hier einen Bitcoin reintust, zahlst du 0,3% und wenn du 100 Bitcoin reintust, zahlst du ebenfalls 0,3% an den Koordinator. Was aber hier wichtig zu sagen ist, wenn du unter einer Million Satoshis einzahlst, dann zahlst du keine Koordinatoren-Gebühr. Zum einen, weil 0,3% von 100.000 Satoshis ist jetzt nicht so viel wert und auf der anderen Seite alles, was eben unter einer Million Satoshis auf der Blockchain kommt, zahlt schon prozentual so viel Mining-Gebühren, dass wir uns dann gesagt haben, okay, dann greifen wir hier nicht auch noch in die Tasche rein, sondern schauen, dass der Nutzer hier billiger davonkommt. Dann wäre noch die Frage, kann man alternative Koordinatoren konfigurieren, beziehungsweise wenn ja, wie man das macht? Ja, ganz klar, das ist möglich. Auch hier nochmal zum Verständnis. Wasabi Wallet ist freie Open-Source-Software unter der MIT-Lizenz und im Wasabi Wallet-Code gibt es einen Client und einen Server. Das heißt, den Klienten, den seid ihr alle gewohnt, gibt es auf Desktop, macOS, Windows und Linux und da läuft ja ganz gut, sieht sehr schön aus und er verbindet sich zu einem Server. Und dieser Server ist ebenfalls freie Software, die jeder nutzen kann und damit Geld verdienen kann. Und das ist quasi, ich sag mal so, das Backend. Das gibt den Klienten die Blockfilter, sodass die Klienten rausfinden können, wie viel Geld sie denn haben. Und so Sachen wie, ja, was ist die aktuelle Fee-Rate? Wie viel ist gerade Mempo los? Oder was ist der US-Dollar-Wechselkurs? All diese Dinge gibt das Backend frei und natürlich die Coin-Join-Koordination. Und ja, es ist möglich in Wasabi Wallet in der Konfiguration einen anderen Koordinator, ich sag mal, anzusteuern, um hier die Full-Node-Informationen, die Fees und so weiter zu bekommen. Leider ist Wasabi hier noch nicht so elegant wie Join-Market. Also in Join-Market gibt es auch den Client und den Server, die Maker und die Taker nennt man das dort. Der Taker ist der Koordinator sozusagen und jeder kann sowohl Maker als auch Taker werden. Und dann gibt es einen ganz schönen und automatisierten Markt, wie man sich quasi zu verschiedenen Takers verbinden kann und sich das quasi raussucht mit dem Coin-Join. Unter anderem eben die Person, die dir am meisten zahlt im Join-Market-Modell. Super elegant gelöst und Wasabi ist noch nicht da, wo ich es gerne hätte in diesem Sinne von. Also hier, wir sammeln uns quasi Liquidität in den Koordinator ein, ohne dass der Koordinator Geld zahlt an die Nutzer, wie bei Join-Market, sondern eben, dass in Wasabi, der Wallet, es halt nur einen Koordinator gibt, wo sich all die Nutzer verbinden. Zumindest bei Default. Und so lösen wir das Liquiditätsproblem, denn Anonymity likes company. Also wenn du privat sein willst, musst du dich halt in der Masse verstecken. Und wenn es keine Masse gibt, wenn du der Einzige bist mit Hoodie und Sonnenbrille, dann schaut dich jeder sehr komisch an. Dann hast du nicht viel Privatsphäre. Das heißt, es ist, ich sage einmal, nicht einfach, einen erfolgreichen Koordinator laufen zu lassen und vor allem eben die Liquidität reinzubekommen. Aber es ist durchaus möglich. Das heißt, es gibt aber aktuell keine alternativen Koordinatoren für Wasabi Wallet, die man konfigurieren könnte. Also ich sehe ja ein, ja, ist vollkommen korrekt. Also da ist so eine Abwägung, die auch der End-User treffen müsste, wenn er die Auswahl hätte zwischen unterschiedlichen Koordinatoren. Okay, wie viele andere User sind verbunden zu diesem Koordinator? Und wenn zu wenige da sind, macht es überhaupt Sinn, da mit dem die Koordination zu machen. Aber dazu müsste ja überhaupt, also das wäre eine Abwägung, die man als User treffen könnte. Aber dazu müsste man erstmal überhaupt die Möglichkeit dazu haben. Ganz klar. Und hier gab es historisch gesehen, gab es verschiedene Koordinatoren von Wasabi 1.0. Damals, das war schon vor drei Jahren oder so, sind die ersten anderen Koordinatoren hochgekommen. Wie es jetzt nach unserem Update ist, wie gesagt, wir haben ein fundamentales Update gemacht und die alte Software ist relativ obsolet. Von dem her, und ich weiß noch von niemandem, dass er einen 2.0-Koordinator laufen lässt. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, wie ich das rausfinden könnte, ohne dass mir die Person Bescheid gibt. Naja, man könnte den, man hätte ja den Client, man könnte den ja so schreiben, dass es eine Möglichkeit gibt, dass die Koordinatoren, dass es einen Index gibt, über welche Koordinatoren da sind. Und dann wären die einfach zur Auswahl. Ganz klar, gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten. Die Frage ist nur, wenn du jetzt einen komplett neuen Koordinator laufen lässt, dann wie kommst du auf diesen Index? Das ist das ganz große Problem. Und hier, ja, diese ganzen Decentralized Peer-to-Peer-Softwares sind halt super, super komplex und oft nicht einfach und nicht stabil und nicht skadierbar. Von dem her ist Wasabi Wallet ja relativ stolz darauf, ein zentrales Software-Protokoll zu sein, weil das macht vieles einfacher, es macht sehr vieles günstiger und es macht sehr vieles schneller. Und das ist halt in unserem speziellen Fall, glaube ich, dass hier die Trade-offs sich durchaus lohnen. Ja gut, also als End-User muss man da natürlich, ich sag mal, das ist eine zentrale Entität natürlich, wo man Vertrauen hat und die, ich sag mal, wenn man seine Coins jetzt in die Wasabi-Wallet rein tut, dann könnte es ja sein, dass der zentrale Koordinator abschmiert, beziehungsweise der zentrale Server, CK-Snacks ist betrieben, dass der abschmiert und dann muss man erstmal gucken. Also natürlich, ich vertraue jetzt einfach mal darauf, dass die Keys tatsächlich nicht meinen Rechner verlassen haben. Insofern, mit etwas Mühe kann man dann wahrscheinlich wieder in die Coins rankommen. Aber ja, aus dem Dezentralitätsaspekt ist es natürlich etwas ungünstig. Naja, die Frage ist, auf was genau vertraust du denn mit diesem Koordinator? Und so wie du sagst, deine privaten Schlüssel verlassen niemals deinen Computer mit Wasabi, nicht dann mal deine öffentlichen Schlüssel. Das heißt, der Koordinator weiß nicht, wie er deine Münzen ausgeben kann. Das geht fundamental nicht. Das heißt, der Koordinator kann schon mal nicht von dir klauen. Das ist der ganz große Unterschied zwischen Coinjoins und custodialen Mixern. Da gibt es viele Mixern, wo man wirklich sein eigenes Geld hinschickt auf deren, ihren privaten Schlüssel und die machen dann irgendeine Privatsphären-Zeremonie. Aber das ist bei Wasabi fundamental anders. Da bleibst du stets in voller Kontrolle über deinen Schlüssel und wo das Geld denn hingeschickt wird. Klar, das macht deine Software, so wie bei jeder Software-Wallet. Aber fundamental bist du in Kontrolle hier. Und das andere Tolle ist, der Koordinator kann dich nicht ausspionieren. Das heißt, er weiß nicht mal deine öffentlichen Schlüsseln oder deine Adressen. Das heißt, er hat keine Ahnung, wie viel Bitcoin du denn überhaupt hast oder wo du sie ausgibst. Und gleichzeitig nutzen wir das Tor-Netzwerk. Das heißt, er weiß nicht einmal deine IP-Adresse. Und hier heißt es also dann, der Koordinator, dem vertraust du quasi nur, dass er online ist, damit du Coinjoins machst. Das heißt, wenn ich jetzt den Stecker aus meinem Computer rausziehe, mal so grob gesagt, dann kannst du keine Coinjoins mehr machen. Aber du kannst nach wie vor einen gleichen Wasabi-Client, ohne irgendwas zu ändern, zumindest all dein Geld herausschicken. Also all die Münzen, wo dein aktueller Wasabi-Client weiß, dass es dir gehört, die kannst du rausschicken, ohne dass der Koordinator online ist. Und im schlimmsten Fall natürlich nimmst du deine privaten Schlüssel und schreibst die in eine andere Wallet rein, sag mal Electrum oder tust dir auf eine Hardware-Wallet oder wie auch immer. Wie gesagt, solange du dein Backup hast, kann dich niemand aufhalten, deine Münzen auszugeben. Das heißt, die Schlüssel sind tatsächlich BIP39-konform oder ich kann einfach meinen Schlüssel von Wasabi nehmen und in eine andere Wallet importieren. Richtig, ganz genau. Es nutzt Secwit-Schlüssel. Also wenn du jetzt eine ganz alte Wallet hast, dann gibt es das nicht. Und das Ding ist, du musst, ich sag mal, das Gap-Limit erhöhen, wenn du hier eine Wallet-Recovery machst. Also das ist quasi die Anzahl der Schlüssel, die bei dir leer sein können und du suchst immer noch weiter. Normalerweise sagt man, das ist so 21. Das heißt, wenn 21 Schlüssel nacheinander leer sind und kein Geld drauf ist, dann hörst du auf zu suchen. Bei Wasabi sollte man das auf jeden Fall auf, ich sag mal, 500, vielleicht sogar 1.000 hochstellen, im schlimmsten Fall, sodass du sicher sein kannst, dass auch wirklich all dein Geld gefunden wird in der anderen Wallet. Das ist ein paar Nuancen mit den Coinjoin-Details, aber das ist auch alles schön dokumentiert auf wasabi-wallet.io oder auf docs.wasabi-wallet.io in der Dokumentation. Jetzt haben wir eine Situation, ihr habt, ich werde, musst du nicht dich zu äußern zu dieser Fungibility, ich weiß gar nicht, wie das deutsche Wort dazu ist, aber ihr habt euch jedenfalls entschieden als Firma und das sei euch gestattet, diese Entscheidung zu treffen, dass ihr nicht jede Coins in einen Coinjoin akzeptiert. Da wird Link in der Beschreibung zu eurer Stellungnahme dazu geben, kann sich jeder zu Gemüte führen. Für mich wäre das jetzt interessant, wenn ich Bitcoins akzeptiert habe und jetzt versuche, mit wasabi zu nutzen. Wie äußert sich das, wenn ich jetzt solche Coins, die ohne dass ich es gewusst hätte, die ich einfach akzeptiert habe, die aufwärgende schwarzen Liste bei euch sind, wie würde sich das äußern in wasabi? Also es gibt hier zwei verschiedene schwarze Listen sozusagen. Einmal ist die schwarze Liste für technische Gründe. Das heißt quasi, wenn du in einem Coinjoin teilnimmst mit einem Input und dann aber später nicht die Coinjoin-Transaktion signierst aus irgendeinem Grund, dann wirst du auf die schwarze Liste geschrieben, weil es du den anderen Nutzern unmöglich gemacht hast, erfolgreich zu sein. Also dann warst du quasi der Denial-of-Service-Angreifer. Oft ist das der Fall, oder im absoluten Großteil ist das der Fall, weil das Tornetzwerk gerade ein bisschen abkackt und langsam ist und deine Signatur einfach auf dem Weg zum Koordinator verschwunden ist. Und das siehst du dann an einem, ja, siehst du quasi in der Coin-Liste dann, dass eine, dieser Coin, diese Münze ist gebannt, gebannt auf der schwarzen Liste für die nächsten zwei Stunden. Also hier siehst du, dass die Münze wird für zwei Stunden lang gesperrt sein. Und nach zwei Stunden wird sie automatisch wieder versucht beim Coinjoin-Koordinator zu registrieren und hoffentlich dann dieses Mal funktioniert Tor und alles und dann kommst du durch. Und dann ist diese alte Münze, die gesperrt war, wieder freigegeben und du gibst sie aus und generierst dir eine neue Münze. Das ist der, ich sag mal, klassische Fall. Das gibt es schon seit Wasabi 1.0. Was jetzt neu dazugekommen ist, ist die, ich sag mal, Metadaten-Informations-Check, den wir machen. Also jedes Mal, wenn du eine Münze registrierst, schauen wir in der Datenbank von einem der vielen, ja, wie nennt man denn das auf Deutsch, Private Investigators, also die Spione sozusagen, die auf der Blockchain schauen, was es für Münzen gibt und rausfinden wollen, wem sie denn gehören und woher sie kommen. Hier schauen wir nach und für gewisse Gründe werden wir dann sagen, okay, nein, diese Münze wollen wir nicht akzeptieren auf unserem Kommunikations-Server und dementsprechend wirst du dann für einen ganzen Monat auf die schwarze Liste geschrieben. Also hier ist es ein anderes Icon, ich glaube, es ist rot und nicht gelb, irgendwie so. Und dann siehst du, dass du für mehrere Tage, Wochen oder eben den ganzen Monat gesperrt bist. Fundamental in der Situation ist das dann das Gleiche für dich. Du wirst in der Zeit, wo du auf der schwarzen Liste stehst, nicht mehr im CoinJoint-Koordinator diese Münze registrieren können. Was ja übrigens automatisch im Hintergrund funktioniert, zumindest herauszuprobieren. Was du aber nach wie vor machen kannst, ist natürlich die Münze behalten und halt nicht im CoinJoint registrieren, sondern so wie sie sind, sie einfach liegen lassen. Oder selbstverständlich sie auszugeben. Alleine bei dir selber in einer Einzelnutzer-Transaktion, so wie du sie schon tausendfach gemacht hast. Also kannst du dir beim Bäcker mit deinem Leib Brot kaufen oder was auch immer und das dann auf der Blockchain diese Münze ausgeben. Hoffen halt, dass die Miner dich nicht auch zensieren. Und falls sie dich zensieren, dann musst du halt ein bisschen mehr Gebühren zahlen, sodass sie dich dann auch in den Block reinpacken. Und was natürlich auch geht, ist, du verbindest dich zu einem anderen Koordinator und fragst mal bei dem an, was er zu der Münze sagt und ob er dich denn registrieren lässt. Also das wäre auch noch die andere Möglichkeit. Wie gesagt, du bist stetig in Kontrolle deiner eigenen privaten Schlüssel und niemand kann dich aufhalten, eine Transaktion zu signieren bei dir selber und das weiterzuleiten an wen auch immer. Also der Koordinator, das Einzige, was hier wirklich in diesem Blacklisting passiert, ist, dass dir jemand Zugriff auf seinen eigenen Server verweigert. Nun, so wie du sagst, das geht da ja auch alles mit rechten Dingen zu nach der Marktphilosophie. Ich habe noch nicht ganz erkannt bei dem User Interface, wo für mich ersichtlich ist, wenn ich auf Senden drücke, ob die Coins, die ich sende, eben solche sind, die durch die CoinJoin-Transaktionen durchgegangen sind und welche davon noch einfach, ich sag mal, an die Wallet gesendet wurden und noch nicht durch CoinJoin sind. Ja, sehr gute Frage. Das ist aktuell in der jetzig veröffentlichten Version, ist das auch noch nicht so schön, wie ich mir das vorgestellt hätte. Okay, du siehst es in der Transaktionsübersicht, also kurz bevor du auf Abschließen oder Weiter drückst und das Ganze signiert wird, siehst du, woher die Münzen denn kommen. Wenn sie von einem CoinJoin kommen, siehst du da gar nichts, sondern du siehst dann nur, falls sie eben nicht von einem CoinJoin kommen, siehst du, wer denn von dieser aktuellen Transaktion wissen wird. Also sag mal, deine Mutter schickt dir Geld und dann hast du eine Münze mit dem Titel Mutter und dann schickst du später die Transaktion an deine Schwester und hier siehst du dann auf der Transaktionsübersicht, deine Mutter wird jetzt wissen, dass du Geld an deine Schwester schickst. Weil du eben noch keinen CoinJoin gemacht hast. So ist hier aktuell, was implementiert ist, ist noch nicht so toll und das wird in der nächsten Version nochmal um einiges besser. Da siehst du dann wirklich eine schöne große, ja, einen Checkmark mit alles ist okay. Die Münzen kommen von einem CoinJoin und das ist eine private Transaktion und dann ist das ein bisschen prominenter in der Benutzeroberfläche. Und falls es eben dann so ist, dass hier doch jemand von der Transaktion weiß, das heißt, du hast noch keinen CoinJoin gemacht, dann wird es hier ein großes rotes X geben mit T, Vorsicht. Jemand könnte dich ja ausspionieren. Willst du das denn? Und hat man die Kontrolle vielleicht auch irgendwann bei dem Senden, ob man die Coins jetzt aus dem CoinJoin Coins nehmen will oder aus dem noch nicht? Ist da eine Kontrollemöglichkeit darüber? Ich sage mal CoinControl ist da, glaube ich, die relevante Vokabel. Ja, das ist aktuell, ich sage mal, ganz grob implementiert. Also man kann sich aussuchen, wenn man oder wenn du noch nicht genug private Münzen hast, kannst du dir aussuchen, welche der nicht privaten Münzen du gerade ausgeben willst. In der Zukunft wird das noch ein bisschen besser gemacht. Da haben wir dann wirklich die volle CoinControl wieder mit drin. Fundamental war unser Ziel mit dem ersten Release von Wasabi 2.0, wirklich zu schauen, wie viel wir abstraktieren können und was wir denn überhaupt dem Nutzer zeigen müssen. Also wir wollten es so simpel wie möglich machen, um halt die Benutzerfreundlichkeit von Privatsphärensoftware zu verbessern. Und da haben wir sehr große oder gute Arbeit geleistet. Aber so Power-Nutzer wie du und ich, die halt wissen, was ein UTXO ist und was ein CoinJoin ist, die sind mit der aktuellen Version, sage ich mal, nicht so 100% zufrieden. Aber da habe ich viel dran mit den Jungs diskutiert und nicht gestritten. Aber ich hoffe, dass der nächste Release wirklich für all die Power-User auch ein richtiges Schmankerl wird. Denn wir haben einige paar tolle Features sehr elegant eingebaut. Also das ist Work in Progress. Aber ich bin relativ stolz auf, wo wir hinkommen wollen. Und ich glaube auch, dass wir das relativ zügig hinbekommen können. Na gut, dann wünsche ich euch schon mal viel Erfolg dabei. Wenn du nichts weiter zu Wasabi sagen willst, würde ich gerne einen Themenwechsel machen. Aber vielleicht willst du ja noch was sagen. Ja, probiert die Wasabi Wallet aus. Es ist echt ein cooles Softwareprojekt. Es sind ein paar tolle Leute mit dabei. Und es ist ein superschwieriges Problem, was wir hier lösen wollen. Also gibt uns hier den... Ach, wie nennt man denn das? Ach, mein Deutsch ist ganz schrecklich geworden übrigens. Sehr, sehr, sehr schwierig. Aber gibt uns den Benefit of the Doubt. Und gibt uns noch ein bisschen Zeit, hier die Software weiter zu verfeinern. Denn wir haben ganz große Dinge geplant. Und das wird schon. Na gut, dann wollen wir vielleicht das Themenfeld aufweiten zu, ich sag mal, weiteren philosophischen Themen. Also ich hatte ja vor, ich weiß nicht, ob das vor einem Monat oder so, wo da hat das theminlich nicht ganz geklappt, ein sehr schönes Video geschickt, wird auch in der Beschreibung unten verlinkt, mit dem Titel Lunar Punk and the Dark Side of the Cycle. Und da wird eine sehr schöne Begrifflichkeit aus meiner Sicht aufgeworfen. Oder neu, ich sag mal, im Englischen sagt man Coining a Term. Naja, es gibt ja Cypherpunk. Und die Gegenüberstellung, die in diesem Video aufbereitet wird, ist Solarpunk und Lunarpunk. Und da gibt es, glaube ich, eine ganze Menge, was man rausziehen kann im Rahmen dieser Privatsphäre, Souveränität. Und ja, also dieses Spannungsfeld zwischen will man Vertrauen aufbauen, muss man Vertrauen haben, will man transparent sein oder will man privat sein. Also ich weiß nicht, ob du gleich zu Anfang irgendwas dazu sagen willst, aber für mich ist dieses Thema Themenfeld unheimlich spannend. Ja, doch, ganz klar. Das ist ein relativ neues Themenfeld für mich, muss ich sagen. Also wie gesagt, ich war seit jeher Ökonom und Wirtschaftsdenker und habe mich so um IT und Privatsphäre eigentlich null Gedanken gemacht, bis ich dann in die Free-Software-Welt gekommen bin und natürlich vor allem Bitcoin, wo halt dann auf einmal die Privatsphäre doch sehr, sehr, sehr viel an Wichtigkeit annimmt. Weil wenn du keine Privatsphäre hast über deine privaten Schlüssel, sondern wenn jeder rausfinden kann, was deine privaten Schlüssel sind, naja, dann sind deine Bitcoin halt auch mal schnell weg und noch viel schlimmer. Also die Privatsphäre ist essentiell wichtig und ich glaube, das haben viele Leute verdammt unterschätzt in der Vergangenheit und ich glaube, wir werden da eine relativ harsche Realisierung haben, früher oder später, dass so Dinge wie Privatsphäre halt nicht einfach mal unter den Tisch oder unter den Teppich geschoben werden können. Ich glaube, Satoshi, dem war das auch schon bewusst. Also Bitcoin macht eine bewusste Entscheidung dafür, okay, Souveränität ist der Hauptaspekt, also not your keys, not your coins und da macht es auch keine Kompromisse. Man kann ja ein Brainkiel oder derartiges haben, um eben die Privatheit der eigenen Schlüssel zu gewährleisten. Aber die Anonymität ist beschränkt auf Pseudonymität in der Standardverwendungsweise und das ist halt, okay, ein gewisser Optimismus herrscht da in diesem Rahmen, nennt man Solarpunk-Seite, in diesen Gegenüberstellungen, wenn man das dazu einordnen. Und die Gegenüberstellung auf der Lunapunk-Seite wäre, glaube ich, aktuell Monero, wo es eben mit Kryptografie versucht, weil man eben etwas pessimistisch ist gegenüber den Aussichten, dass man ohne Privatsphäre weiterkommt, dass man eben durch Kryptografie versucht, sich zu schützen. Und da ist Monero, glaube ich, aktuell der Hauptvertreter von, okay, wir versuchen auf technologischer Seite uns zu schützen. Da geht ja aber Wasabi auch in die Richtung. Insofern müsst ihr euch ja auch schon einige Gedanken dazu gemacht haben. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, Bitcoin versus Monero ist da nicht wirklich der richtige Punkt, um hier anzusetzen, sondern das ist eher Chomien E-Cash versus Bitcoin. Weil Chomien E-Cash, das war 1983, hat der David Chom ein Kryptografie-System entwickelt, die blinden Signaturen sozusagen. Und er hat es dann direkt angewendet für das erste digitale Zahlungssystem, wo hier Nutzer sich gegenseitig Geld hin und her schicken können. Aber niemand, nicht einmal die Entität, der diese Signatoren rausgegeben hat, diese Münzen rausgegeben hat, konnte irgendetwas nachverfolgen. Das heißt, wir hatten bereits damals, 1983, absolut verrückt, aber wir hatten perfekt anonymes Geld. Perfekt anonym. Es hat noch nie jemand besser gemacht sozusagen. Dein Anonymitäts-Set waren alle Nutzer dieses Geldsystems, die es jemals gab. Und noch viel besser war, es hat super skaliert. Es war super schnell, eine Transaktion zu machen und gigantisch günstig. Also hier per Millisekunden und winzig, winzig kleinem Stromanteil konnte man Tokens hin und her transferieren. Perfekt anonym. Aber warum hat das denn nicht funktioniert? Und Satoshi hat es herausgefunden und repariert. Es hat nicht funktioniert, weil der Endnutzer nicht selber verifizieren kann. Der Endnutzer kann nicht sagen, hey, diese Münze ist nicht korrekt. Und das heißt, dass die Identität, die diese Münzen generiert, so viele machen kann, wie sie nur will. Das heißt Inflation. Was wir als Ökonomen natürlich klar sehen, ist schrecklich. Und das muss man verhindern. Und Satoshi hat herausgefunden, wie man es verhindert. Und zwar nur dann, wenn jeder Händler jede Transaktion von jedem anderen Händler überprüft. Man braucht radikale Transparenz, um im digitalen Zeitalter wirkliche Rarität zu schaffen. Und das ist auch bei Monero so. In Monero muss jeder die Transaktion von jedem anderen verifizieren. Und das ist alles andere als perfekt anonym. Was aber auch okay ist. Naja, es ist nicht okay. Es wäre super schön, wenn wir ein perfekt anonymes System hätten, wo man nicht inflationieren kann. Und wo der Endnutzer selber komplett in Kontrolle ist. Aber es kann sehr gut sein, dass das fundamental unmöglich ist. Vielleicht ist es möglich. Irgendwann wird sicherlich jemand draufkommen. Aber so wie wir es aktuell kennen, gibt es keinen Weg dran vorbei. Du als Endnutzer musst jede Transaktion von jedem anderen im Geldsystem verifizieren. Und obendrauf kommt, dass ein Geld, das Geld, ist das Gut mit der höchsten Liquidität. Das, wo du am einfachsten verkaufen kannst. Und das heißt, um Geld zu sein, brauchst du gigantisch viele Nutzer. Und wenn jetzt jeder Nutzer die Transaktion von jedem anderen Nutzer weltweit verifizieren will, dann haben wir auf einmal ein gigantisches Skalierungsproblem. Und wir müssen jetzt Software bauen, die so effizient wie nur möglich in der Verifikation ist. Nicht effizient oder günstig im Geld schicken, sondern effizient im Geld verifizieren. Das ist der ganz, ganz, ganz große Unterschied zwischen Charmin eCash und Bitcoin. Und wo kommt denn dann Monero jetzt ins Spiel oder so Sachen wie C-Cash? Die versuchen jetzt, mehr Privatsphäre in unser öffentlich transparentes, öffentlich verifiziertes System zu bringen, sodass der Verifizierer nicht mehr so viele interessante Informationen hat wie davor. Zum Beispiel der Bitcoin-Verifizierer weiß genau, welche Münze wird gerade ausgegeben und welche Adresse wird gerade generiert und wie viel Bitcoin, wie viele Satoshis sind denn auf diesen Adressen, die gerade generiert werden und auf den Münzen, die gerade ausgegeben werden. Und Monero macht das zum Beispiel anders. Die nutzen jetzt viel Kryptografie, um zu verstecken, welche Münze denn exakt ausgegeben wird und wie viele Satoshis oder wie auch immer die Monero-Unit heißt, denn genau ausgegeben werden. Das fundamentale Problem hier ist, ja, wir bekommen mehr Privatsphäre, aber das hat einen gigantischen Verifikationskosten und fast unbeschreiblich teurer als in Bitcoin. Also eine Monero-Fullnode laufen zu lassen, ist krass viel teurer als eine Bitcoin-Fullnode laufen zu lassen. Obwohl aktuell Monero einen verschwindenden kleinen Anteil oder Bruchteil der Nutzer hat wie Bitcoin gerade. Und Bitcoin ist ja immer noch winzig im Vergleich zu allen anderen Währungen. Das heißt, die technisch raffiniert geile Kryptografie, das Monero und Zcash und so weiter hat, glaube ich, ist falsch angebracht. Weil diese Technologie ist so implementiert, dass es die Verifikationskosten enorm erhöht. Und das macht das System kaputt. Ich habe zum Beispiel gerade erst letztens mit einem Zcash-Contributor geredet, der an der neuen Zcash-Fullnode arbeitet. Und er sagt, hey, Zcash funktioniert gerade leider nicht. Wenn du dein Handy aufmachst und du möchtest deine Wallet loaden, dann braucht das Tage, bevor du deine Wallet synchronisiert hast. Wenn du diese Shield-Transaktionen nutzt. Einfach weil die Verifikation so bombastisch lang dauert, dass du nicht mal weißt, wie viel Geld du denn hast. Und da glaube ich halt, dass Bitcoin so ein geniales System ist. Das lebt in einem so winzig kleinen Designraum, wo wenn du auch nur eine Kleinigkeit änderst am Bitcoin-Protokoll, wird es sehr viel schlechter. Und ich glaube, so Änderungen auf dem Base Layer, wie eben diese Ring Signatures oder Confidential Transactions, so cool wie sie sind, sind nicht richtig angebracht. Denn das Basisgeld, der Base Layer, der muss so einfach zu verifizieren sein, wie nur möglich. Und vor allem dann, wenn wir sowas wie Coinjoins haben, wo wir Transaktionen haben, die hunderte Inputs und hunderte Outputs haben, wo im Gegensatz zu Monero, wo zum Beispiel, ich glaube, damals war es, dass die Ringsignatur hat sieben Münzen ausgegeben. Naja, in Wasabi kannst du 500 Münzen ausgeben gleichzeitig. Und du bekommst ganz grob gesagt hier viel mehr Privacy als in Monero. Aber wir haben immer noch die gleichen winzig kleinen Verifikationskosten, die Bitcoin ja hat im Vergleich zu Monero. Also hier ist es meiner Meinung nach durchaus möglich, das Grundprotokoll von Bitcoin nicht zu verändern, sondern nur viel schlauer zu werden, wie wir es denn ausnutzen, um dann auf höheren Ebenen, auf anderen Ebenen all diese coole Kryptografie auszunutzen, die wir inzwischen gefunden haben, um dann bessere und bessere Technologien zu bauen. Ich würde bei Monero auch sagen, ich führe das nicht an, weil ich das empfehle, sondern sehe ich ganz analog zu dem, was du, wie du das siehst, dass Monero ein paar grundsätzliche Probleme hat oder jedenfalls relevante Probleme nicht löst. Nur ist es halt die, ich sag mal, der prominenteste Vertreter aktuell von diesem Versuch, eben die Privatsphäre zu, den Aspekt möglichst hoch zu halten. Ich sehe das Hauptproblem, womit jeder, jedes dieser Technologien sich auseinandersetzen muss, ist eben die Skalierung. Und Bitcoin löst das in dem Sinne, dass es, und das war auch hier auch die Spannung bei den Blockseils kriegen, wo eben die Small Blocker gewonnen haben und eben damit die Skalierbarkeit auf Jahre hinaus, auf Jahrzehnte hinaus gesichert haben. Und eben auch, dass die Möglichkeit nicht verbaut haben, dass Bitcoin tatsächlich zur Weltwährung wird. Ja, und das, dazu ist ja Skalierbarkeit absolut, da gibt es, da darf man keine Kompromisse machen. Und dann eben auch das auf den weiteren drüberliegenden Layern zu implementieren, ist, glaube ich, auch da der richtige Ansatz. Die Frage, die jetzt bei der Skalierung auch für so Coinjoin-Implementierungen wie Wasabi für mich relevant erscheint, ist, naja, aktuell sind die Blockchain-Fees bei Bitcoin relativ günstig. Es gab ein paar Zeitraum um die Block-Size-Wars, wo der Fee-Market relativ teuer wurde. Insofern hat sich das auch technologisch bewiesen, dass der Fee-Market funktioniert, was war auch schon ein bisschen was wert. Aber im Grunde genommen ist es schon so, dass man langfristig, wenn Bitcoin Erfolg hat, mit dem Problem konfrontiert ist, dass man nicht auf Layer 1, beziehungsweise Basislayer jeder seinen Kaffee zahlen wird können. Und dann ist so die Frage, okay, wohin verschiebt sich dann der Use Case für Coinjoin-Transaktionen? Weil jemand, der Autonomalverbraucher ist, der wird dann mit einer relativ geringen Balance beträgen. Für den wird sich das ja nicht lohnen. Der wird ja zwangsläufig einfach aus Kostengründen auf sowas wie Lightning ausweichen. Und ja gut, dann wird Coinjoin vermutlich irgendwo in Zukunft von anderen Use Cases, da wird der Haupt-Use Case irgendwo anders liegen. Wo siehst du für Coinjoin zukünftig die Use Cases? Ja, sehr, sehr gute Frage. Und das Tolle ist, also, naja, Coinjoin ist ein fundamental Blockchain-Transaktionsmodell, also sogar noch sehr spezifisch auf Bitcoin optimiert. Das heißt, es macht auf jeden Fall keinen Sinn, quasi Coinjoins im Lightning-Netzwerk zu machen. Das ist einfach technisch nicht angebracht. Aber, also, du sagst jetzt ja, in der Zukunft wird es verdammt viel Nutzer geben und die Fees werden richtig krass nach oben gehen. Aber das heißt ja, viele Leute wollen auf die Blockchain kommen. Das heißt, viele Leute machen Blockchain-Transaktionen. Und all diese Blockchain-Transaktionen können und werden Coinjoin-Transaktionen sein, weil sie halt fundamental günstiger sind. Du brauchst weniger Blockspace, wenn wir alle gemeinsam eine Transaktion machen, als statt, dass jeder seine eigene Transaktion macht. Das heißt, rein aus Karrierungsgründen wird so gut wie jede On-Chain-Transaktion ein Coinjoin sein. Und ja, der Endnutzer, der jetzt Kaffee kaufen will, wird dann sicherlich keinen Coinjoin für die Kaffeetransaktion machen, weil er eben die Kaffeetransaktion nicht auf der Blockchain macht. Sondern, was hier viel eher der Fall ist, du machst einen Coinjoin, um direkt einen Lightning-Netzwerk-Kanal aufzumachen, um dann deinen Kaffee off-chain zu zahlen. Also, das ist quasi das Fundamentale, was mich so als Geschäftsmann der Coinjoins anbietet, relativ ruhig schlafen lassen kann. Denn vor allem, wenn Bitcoin super erfolgreich ist und die Blockchain-Gebühren super krass hoch sind, wird mein Geschäftsmodell nach wie vor existieren und sogar noch sehr viel mehr Nachfrage haben. Das heißt, siehst du einen Ausbau von Wasabi in der Richtung, dass es auch ein Lightning-Wallet wird, das heißt, dass es Lightning unterstützen wird und dass man dann quasi, wenn man irgendwas zahlt, gleich in Lightning zahlen wird, beziehungsweise jemand betreibt eine Lightning-Node oder benutzt einen Dienstleister, der eine Lightning-Node betreibt. Und man wird in Wasabi eventuell irgendwann eine Coinjoin-Transaktion machen können, um diese Lightning-Zahlung abzuwickeln? Ja, durchaus. Das wird in Wasabi kommen. Das wird in so gut wie jeder Bitcoin-Wallet kommen. Weil, wie gesagt, die Bitcoin-Wallets sind da, um Zahlungen zu machen. Und viele Zahlungen, die man so macht, haben relativ geringen Wert. Und dann macht das Lightning-Netzwerk einfach Sinn. Von dem her, das wird logischerweise auch in Wasabi kommen. Und hier werden wir dann klar verbinden, dass man einen Kanal aufmacht in einem Coinjoin. Oder vielleicht sogar den Kanal zumacht in einem Coinjoin. Wir sind gerade aktuell dabei, dass in einem Lightning-Privacy-Research das Ganze ein bisschen klarer aufzuschreiben und eine Lightweight-Lightning-Wallet zu designen, was dann früher oder später, eher ein bisschen später, nach Wasabi reinkommt. Und das kann auch gut ein paar Jährchen dauern, bis das gut genug in Wasabi ist. Aber das Tolle ist auch, es muss nicht direkt in Wasabi sein. Weil das Konzept von einem Coinjoin, vor allem von einem Wabi-Sabi-Coinjoin, ist nicht nur in Wasabi. Wir haben jetzt Wabi-Sabi-Coinjoin-Support in BTC Pay. Wir werden es bald haben in der Treasure Suite App. Und ich bin mir sicher, dass so gut wie jede Bitcoin-Wallet früher oder später die Coinjoin-Funktionalität integriert haben wird. Und dann auch früher oder später mit unserem CK-Snacks-Koordinator Coinjoinen werden. Von dem her, in der Zukunft wird Coinjoin und Wasabi nicht mehr das Gleiche sein sozusagen, sondern jede Wallet wird den Coinjoin machen. Ein weiteres Thema in dem Rahmen, wieder zurück auf Solarpunk, verglichen mit Lunapunk, diese Frage, ob man sich verstecken muss. Weil ich glaube, da ist auch so eine gewisse Spannung, wo man, naja, es ist ja so, dass wenn man irgendeinen Ruf aufbauen will, ja, so als Geschäftsmann, dann muss man ja transparent sein. Also es muss ja irgendeine Möglichkeit geben, jemand zur Verantwortung ziehen zu können. Und ich glaube, dass man nicht vertrauen kann, jemand, der, also es gibt natürlich, das ist ja eines der herausstellungsmerkmale bei Bitcoin, dass man eben das benutzen kann, ohne zu vertrauen. Aber was unternehmerische Tätigkeiten angeht, also wenn man irgendwie jemanden, mit jemandem einen Vertrag aufbauen, äh, machen will, dann ist da der Ruf, glaube ich, schon ganz zentral. Und, ähm, wenn man für, wenn wir so eben als Unternehmer tätig sein wollen, also, eine Gesellschaft aufbauen wollen, wo jeder sich frei als Unternehmer betätigen kann, dann wird das ja nicht funktionieren, ohne dass man diese Unternehmer einen Ruf aufbauen können. Und, äh, das können sie nicht machen, wenn sie eben diesen Aspekt des Vertrauens, wenn der, ich sag, wenn der nicht möglich ist, weil jeder quasi seine Privatsphäre auf 100 Prozent die ganze Zeit hochhält und, und eben mit einer schwarzen Maske und, oder einem grünen Anzug. Ähm, also ich will jetzt nicht sagen, dass man die falsche Entscheidung trifft bezüglich äh, seine Privatsphäre wahren. Das würde ich auf gar keinen Fall sagen und da kann jeder seine eigenen Abwägungen treffen. Aber ich glaube, es ist schon problematisch, dass, äh, wenn wir, wenn wir darauf hinaus wollen, dass wir in der freien Gesellschaft leben, dass man, ja, ich sag mal, mit etwas Optimismus da dran gehen muss und einfach Fakten schafft. Ja, da können wir auch kurz den Spannungsbogen wieder zurück zu den Privatstädten schließen. Naja, also man, man will zeigen, was möglich ist. Ja, das ist, glaube ich, so eines der Aspekte, die für mich auch so attraktiv daran ist, an diesen freien Städten. Und da muss man sich auch nicht verstecken. Aber, naja, also diese ganze Privatsphäre-Technologie, vielleicht hast du eine andere Perspektive darauf. Ah, das ist, das ist ein super, super spannendes Thema. Und das sind auch Dinge, wo wir uns erst jetzt wirklich drüber Gedanken machen, zusammen mit dem Internet. Und ja, der, der Ruf des Unternehmers ist unglaublich wichtig, weil jemand, niemand wird dir Geld geben, wenn du keinen Ruf hast. Oder, na, so, wenn du einen schlechten Ruf hast, dann weiß man zumindest, dass du einen schlechten Ruf hast. Und dann, dann kann man sich dagegen absichern, in gewisser Art und Weise. Aber wenn man gar nichts von dir weiß, dann ist das auch sehr riskant. Ja, und von dem her glaube ich schon, dass, dass der Ruf, die Reputation sehr wichtig ist für das Unternehmertum. Die große Frage ist allerdings, wer muss von deinem Ruf wissen? Und fundamental sind das mal nur die Kunden und deine Dienstleister oder Lieferanten. Es muss nicht jeder von deinem Ruf wissen. Weil auch, oder, und jeder, jede Person hat einen anderen Ruf über dich. Also jeder hat eine andere Meinung über dich. und ich glaube, hier ist, wo die Cypherpunks sehr wichtig werden in der Zukunft des Unternehmertums. Dass der Unternehmer sichere Kommunikationen hat, um sich selektiv gegenüber seinen Kunden und seinen Lieferanten preiszugeben und einen individuellen Ruf aufzubauen. Aber ich, und ja, es wird auch sicherlich einen Markt geben, wo komplett ohne Reputation gehandelt wird. Allerdings glaube ich, dass diese Märkte fundamental kleiner sind und nicht so liquide wie Märkte, wo die Reputation doch eine große Rolle spielt. Aber wie gesagt, die Reputation muss nicht global sein. Die Reputation kann sehr lokal aufgebaut werden. Und das muss nicht mal lokal im Sinne von der gleiche Fleck Erden sein, sondern das kann auch eine lokale Gruppe im Cyberspace sein. Ja, aber das, wie gesagt, ist sehr wichtig und auch die Kunden wünschen eine gewisse Transparenz. Das kommt so ein bisschen aufs Geschäftswelt an, oder nicht? Ich meine, wenn ich jetzt als Dienstleister einen einzelnen gegenübertrete und ich sage mal eine langjährige Geschäftsbeziehung mit ein paar wenigen Menschen habe, ja klar, dann brauche ich nicht gegenüber der Öffentlichkeit mich groß aufzustellen und transparent zu sein. Aber wenn ich jetzt ein Geschäftsfeld betreibe, wo ich jetzt zum Beispiel irgendwas backe oder irgendwas verkaufe, so im Stück Mengen gegenüber Kunden, die ich jetzt nicht kenne unbedingt, sondern einfach nur gegenüber jedem, da will ich ja Bekanntheit, da will ich ja transparent sein, also das ist dann, ich sage mal, der Ansatz der Privatsphäre ist in dem Bereich etwas problematischer. Genau, und deswegen die Lieblingsantwort eines jeden Ökonomen, es kommt drauf an. Und das ist ja aber auch, was die individuelle Freiheit so schön macht und auch unter anderem die Privatsphäre. Denn nochmal, die Privatsphäre heißt, dass sich das Individuum selektiv der Welt preisgeben kann. Und das ist wirklich für jeden anders und in jeder Situation anders. Und es gibt hier keine wirklich allgemeinen Aussagen, die man treffen kann, außer, dass es generell von Vorteil ist, wenn der einzelne Händler und der einzelne Kunde hier in voller Kontrolle sind, wie und wann und über was sie sich preisgeben. Wenn das nämlich nicht mehr gegeben ist, dann haben wir hier die Tyrannie. Wenn der Kunde nicht schweigen kann zu der Frage, wie viel Geld hast du denn, sondern wenn der Unternehmer super einfach herausfinden kann, wie viel Geld der Kunde hat und wo er es denn ausgibt, weil dann kann man zum Beispiel sein Marketing anpassen oder die Preis anpassen und auf einmal viel mehr für die gleichen Güter verlangen und natürlich andersrum. Wenn der Kunde alles über den Unternehmer weiß und genau weiß, wie denn die Einkaufskosten sind und was für Angestellte er hat und wie auch immer, dann will der Kunde vielleicht das Problem selber lösen oder nicht so viel Geld dafür zahlen wollen oder was auch immer. Also fundamental das einzige was wir hier glaube ich sagen können ist dass die Privatsphäre fundamental von essentieller Wichtigkeit für den freien Markt ist. Wenn es keine Privatsphäre gibt dann sind wir in der Sklaverei und nicht im freien Markt und das ist fundamental korrekt aber wie sich denn dann die Individuen im freien Markt entscheiden was und wie und wann sie sich preis geben das ist so spontan wie alles andere auf dem Markt und deswegen ist das so eine richtig tolle und spannende Geschäftsbereich in dem man sich aufhalten kann dazu bist du an der Arbeit an einem Buch wenn ich das richtig verstanden habe das mit dem Titel Praxeology of Privacy die Praxeologie der Privatsphäre würde ich das übersetzen also ich bin da nicht so sicher ob ich da noch mitgehe also dass ein freier Markt nicht möglich ist ohne Privatsphäre also ich kann mir schon vorstellen wenn ich mir jetzt einfach ein Robinson Crusoe Ding ausmale wo Robinson alles über Friday weiß und umgekehrt und die wissen Bescheid was sie für den anderen jeweils leisten können und dann machen sie ihre Arbeitsteilung und vielleicht kannst du erklären wo dann der Schlüssel Knackpunkt ist wo die Privatsphäre unabdingbar wird ja die Privatsphäre ist unabdingbar weil sie im Axiom selber impliziert angenommen wird die Menschen handeln das ist das Axiom das das Mieses sagt was bedeutet das ist dass Menschen Probleme haben dass sie sind in Unisiness du bist hungrig zum Beispiel und du befindest dich du kannst jetzt auf zahlreich verschiedene Arten und Weisen dir ausdenken wie du dein Problem lösen kannst du isst die Banane oder du isst das Steak oder du isst dein Leib Brot oder wie auch immer da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten dein Problem zu lösen und gleichzeitig gibt es in deinem Umfeld viele verschiedene natürliche Güter die du anwenden kannst um deine Probleme zu lösen das heißt wir haben viele Probleme viele Lösungen zu jedem Problem und viele Naturmaterialien die wir für diese Lösungen brauchen und jetzt ist der Kicker die freie Wahl die Möglichkeit selber sich auszusuchen an welchem Problem du arbeitest wie du daran arbeitest und mit welchen Ressourcen du versuchst das Problem zu lösen das ist die fundamentale Freiheit die allein auf der Handlung auf dem und die Privatsphäre ist das genau gleiche im Sinne von du könntest ich könnte jetzt über viele verschiedene Dinge reden und über jedes einzelne Ding gibt es zahlreiche Möglichkeiten wie ich mich unterhalten können könnte und fundamental wenn ich nicht die Wahl habe über was ich reden will und wie ich darüber reden will dann bin ich ein Sklave genau gleich wie wenn ich so handeln muss quasi an einem speziellen Problem arbeiten muss und auf eine genaue Art und Weise das Problem angehen muss wenn mir das jemand anders vorschreibt dann bin ich drei menschen sind privat fundamental wo kommt da der aspekt der bedrohung hinein ist der also ich wenn ich privat mich wenn ich die privatsphäre für mich wahre und etwas nicht preisgebe dann ja ich sehe das offensichtlich natürlich bei den keys also dass ich die privat halten muss da um meine coins über die weiterhin souverän zu sein das leuchtet mir ein wenn ich also die bedrohung aber die bedrohung ist ja da also das ist glaube ich dieser Aspekt der bedrohung und der privatsphäre die hängen glaube ich zusammen aber vielleicht siehst du das anders ich nutze hier die Definition von Privatsphäre im Sinne von das Individuum hat die Wahl wie er sich der Welt preisgibt vom Cypherpunk Manifesto was was du glaube ich ansprichst ist die Anonymität das heißt dass niemand weiß wer ich bin oder wo ich mich aufhalte oder was ich tue und warum ist Anonymität so wichtig so wichtig und warum entscheiden sich so viele privatsphären Menschen anonym zu sein und das ist weil wenn niemand weiß wo du bist oder dass du überhaupt existiert dann kann er dich auch nicht verhauen das heißt die Anonymität ist wichtig weil es eine extrem billige Verteidigung Technologie ist wenn der Angreifer nicht weiß dass du existierst kann er dich nicht erschießen fundamental genau das ist eine schöne Asymmetrie genau das ist die Asymmetrie und das ist aber auch anders als mit der Pseudonomität weil hier sieht der Angreifer dass jemand hier um die Ecke läuft aber er sieht nicht genau das Gesicht von der Person das heißt aber trotzdem jetzt weiß der Angreifer hier schau mal da ist ja jemand das heißt dem kann ich hinterher rennen und ihn verschießen also das da sind die verschiedenen Levels an Anonymität sind wichtig aber auch wieder hier Anonymität hat einen Nachteil oder eine Kosten und das heißt dass auch die in Anführungszeichen guten Menschen nicht wissen dass du existierst und wo du bist und das heißt du kannst nicht von der Arbeitsteilung von Vorteil ziehen niemand kann dir helfen wenn du Probleme hast wenn du in den Schweizer Bergen abstürzt zum Beispiel und keiner hat eine Ahnung dass du dort überhaupt bist dann musst du relativ schnell verhungern also hier ist die im Sinne von der Verteidigbarkeit ist das Anonymitätslevel wichtig aber im Sinne von der fundamentalen Argumentation ist die Privatsphäre an sich sehr interessant und die Privatsphäre ist eben die Möglichkeit dich zu selektiv preiszugeben das heißt du als Individuum hast die Wahl ob du anonym pseudonym oder komplett transparent sein willst na gut also ich bin noch nicht ganz überzeugt aber du hast ja ein Projekt dazu also wie gesagt dieses Buch Projekt da gibt es auch links in der Beschreibung da kann jeder auch beim Crowdfunding sich beteiligen ist auch auf Github der aktuelle Stand wenn ich das richtig gesehen habe einlesbar und da kann jeder für sich glaube ich selbst überzeugen sich wie weit wie weit diese Argumentation stimmt ja das stimmt vielen Dank für das Shoutout aber auch hier es ist alles auf Github aber auch was man auch auf Github jetzt sehr transparent sieht ist wie faul ich bin und wie wenig ich aktuell an dem Buch dran schreibe also hoffentlich bald kann ich mich wieder mal hinhocken und ein paar Kapitel schreiben aber das ist super spannendes Thema wie gesagt das ist hier will ich verbinden die ökonomische Schule und die Praxiologie zusammen mit der Cypherpunk Philosophie und dann angewandt an Bitcoin das ist glaube ich ein Buch das geschrieben werden muss weil Mises und Rotbart und Hayek und Hoppe waren alle so fundamental korrekt in sehr vielem was sie gesagt haben und Satoshi hat diese korrekten Theorien angewandt in der Cyberspace Realität und das ist so ein gigantisches Zusammenspiel das 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 muss man wirklich auf Papier bringen haben deswegen ist es hier selbst wenn es schleppend voranläuft der erste Teil ist veröffentlicht auf Github ja super also nicht dass ich hier noch mehr weit aufbürden würde aber der Begriff der mir da auch noch fehlt der aber natürlich wahrscheinlich bei den Cypherpunks berücksichtigt ist ist eben auch die Spieletheorie und wie sich die einzelnen Akteure dagegen beieinander verhalten ja das ist schön wenn man das weiter unterbrechen kann na gut okay dann bedanke ich mich hier für dafür dass du beim Spektrum dabei warst hat mich sehr gefreut und ja überlasse dir das letzte Wort ja danke nochmal Manuel für die Einladung war richtig toll cool dass du den marktradikalen Podcast so konsequent durchziehst wir brauchen mehr marktradikale die radikal für freiheit sind und da bin ich sehr stolz einer davon zu sein von dem her vielen Dank für all die Arbeit die du tust und danke an die zuhörer denn ich bin sicher ihr seid auch aktiv wo auch immer in Bitcoin und in der Freiheitswelt unterwegs wir brauchen jeden hier der aktiv mit anpackt und ja ich freue mich dass wir so krass am gewinnen sind das ist ja das tolle vor allem in Cyberspace die Freiheiten die wir uns hier im Alltag nehmen können sind gigantisch und so eine Möglichkeit hatten wir noch nie oder zumindest seit sehr langer Zeit nicht mehr der Staat ist krass am kaputt gehen und wir haben die Technologien und den Willen ein besseres alternativeres System aufzubauen von dem her das ja wir sind auf dem richtigen Weg und es macht einen Heidenspaß von dem her bis zum nächsten Mal vielen Dank alles klar bis zum nächsten Mal